Überwinde die Illusion der Körper zu sein Kommentar zum 85. Vers des Viveka Chudamani Shankara sagt Für einen Suchenden nach Befreiung ist die Verhaftung an den Körper, die Illusion der Körper zu sein, der große Tod. Nur derjenige, der diese Verhaftung vollkommen überwunden hat, kann die Befreiung erreichen. Sanskrit Moha, Täuschung ist es für wahr, eva, wahrlich und ist Mahamrityo, der große Maha, Tod, Mrityo. Für wen ist das der große Tod? Momuksho, desjenigen, der das Verlangen nach Erlösung besitzt. Was ist jetzt diese Verblendung dieser Tod? Nämlich in Bezug auf den Körper, Vabhur, Vabhur ist der Körper, Adi in Bezug auf den Körper, Moha, die Verblendung. Also wer die Verblendung hat, der Körper zu sein, der kommt letztlich zum Tod. Der Körper stirbt irgendwann, deshalb die Verblendung, der Körper zu sein, führt notwendigerweise zum Tod. Wer das aber überwunden hat, wer die Verhaftung überwunden hat, wer Moha die Täuschung überwunden hat, der befindet sich im Zustand der Erlösung. Wie kannst du jetzt die Verhaftung überwinden, die Verblendung, dass du der Körper bist? Da gibt es viele Möglichkeiten. In der Tiefe der Meditation verlierst du das Körperbewusstsein. Und wenn du das Körperbewusstsein verloren hast, dann weißt du, ich bin nicht der Körper. Du kannst auch analysieren. Du kannst marken, der Körper fühlt sich gut an, weniger gut an, aber ich selbst als Selbst bleibe gleich. Du kannst auch marken, Schmerzen kommen, Schmerzen gehen. Oder du kannst auch feststellen, vor zehn Jahren sah der Körper anders aus, jetzt sieht er so aus. In zehn Jahren wird er wieder anders aussehen. Ich als ich bleibe gleich. Und du kannst auch sagen, im Wachbewusstsein denke ich, ich bin der Körper. Im Traumzustand denke ich, ich bin jemand anderes. Aber ich als Bewusstsein bleibe gleich, egal ob ich dieser Wachkörper bin oder diesen Wachkörper spüre oder den Traumkörper. Eine weitere Möglichkeit ist auch zu erkennen, dass du in jeden Teil des Körpers dein Bewusstsein hineinbringen kannst. Du kannst dein Bewusstsein in die linke Hand bringen, in die rechte Hand bringen. Du kannst den Körper von oben spüren und von unten spüren. Du kannst den Körper von innen spüren. Gerade durch Meditationstechniken und die Analyse der Meditationserfahrungen kann ich dorthin führen, ich bin nicht der Körper. Und wenn es dir mal gelungen ist, wirklich zu erfahren, ich bin nicht der Körper, vielleicht einen großen Schmerz überwinden oder auch in der Meditation dich sehr weit zu fühlen, dann bist du über den Körper hinaus. Überlege, welche Erfahrungen hattest du, die dir gezeigt haben, du bist nicht der Körper. Und analysiere diese Erfahrungen und mache dir bewusst, ich bin nicht der Körper, ich bin das unsterbliche Selbst.